Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Mattheis, ich hätte Ihnen nur eine kurze Zwischenfrage gestellt, aber da es jetzt zu einer Kurzintervention kommt, drei Punkte. Erstens, über Rente haben wir heute Nachmittag gesprochen und da will ich hier nochmal wiederholen, wir haben ein umfassendes Rentenkonzept mit elf Punkten, drei habe ich heute Nachmittag vorgestellt, da können wir dann debattieren. Zweitens, Sie haben hier eben behauptet, es gäbe keine Zahlen darüber, wie viele denn betroffen worden wären. Und Frau Michalk hat aus irgendeiner Anhörung berichtet, nur nicht aus der des Gesundheitsausschusses, in der ich war. Von dieser Anhörung habe ich nämlich das Protokoll hier vorliegend, Protokoll der 64. Sitzung, Seite 12 von 13, unten links, da wenn Sie es nachlesen wollen. Ich hatte Herrn Stiefermann eine Frage gestellt, Klaus Stiefermann, Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung, und er antwortet, Zitat, Zunächst ein kurzer Hinweis, weil immer gefragt wird, wie viele Betroffene es gibt. Ich gehe davon aus, dass es sich um mehrere Hunderttausende Betroffene handelt, und zwar aufgrund eines Aspekts, der hier bisher vernachlässigt worden ist. Wir haben eine Reihe von Versorgungswerken, die paritätisch aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen finanziert werden, wie zum Beispiel die Pensionskassen der chemischen Industrie. Dort ist es üblich, dass der Arbeitnehmer aus seinem Netto einen bestimmten Prozentsatz einzahlt. Und jetzt kommt es. Seit 2004 zahlt er im Alter noch einmal den vollen Beitrag. Das betrifft, wenn ich die drei großen Einrichtungen sehe, knapp 400.000 Rentner. Andere Fälle habe ich zunächst einmal außen vor gelassen. Zitat Ende. Und deswegen kann man nicht behaupten, hier ginge es um eine kleine Gruppe. Und jetzt der dritte Punkt. Stellen Sie sich vor, die betriebliche Altersversorgung ist ja freiwillig. Und Sie haben mit Ihrer Rentenreform 2001 dafür gesorgt, dass das Rentenniveau absolut im Sinkflug ist bis 2030. Die Menschen sollen also betriebliche Altersversorgung betreiben. Jetzt hat jemand eingezahlt, beispielsweise 21.000 Euro, hat die eingezahlt, kriegt die wieder und muss dann dafür 5.000 Euro Krankenversicherungsbeiträge zahlen und noch steuern. Ich sage nur, diese Menschen sind deshalb so sauer, weil sie mehr Geld für ihr Alter hätten, wenn sie das Geld nur unter das Kopfkissen gelegt hätten. Und das ist eine schlechte Rentenpolitik und die darf so nicht sein. Herzlichen Dank. Frau Kollegin Matters, möchten Sie darauf antworten? Bitte schön.